Hallo liebe Freunde, wenn einer eine Reise unternimmt, naja, im Sommer radelte ich von Basel bis nach Koblenz, immer am Rhein entlang. Rund 700 Kilometer, brachte 1000 Fotos und etwa 200 Videofilmchen mit nach Hause. Aber was mit den vielen Videoschnipseln tun? Ich habe die schönsten Filmchen herausgesucht, mit Animationen gespickt und so entstand dieses Video. Schaut es euch an und spart nicht mit Kritik. Viel Spaß. Na na na, ach ja, mit dem Nachtzug fuhr ich zunächst nach Konstanz am Bodensee. Vorwärtsstand am Bodensee. Ich bin gespannt, wie es euch in den Glaubensberg nach Boden geht. Ich bin gespannt, wie es euch in den Glaubensberg lacht. Hier ist der Glauben, der Glaubensberg durchsetzen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, aber ich kann es ja gut halten. Wuh! Vielen Dank. Der Teil ist immerhin eine Million Verbauende, der diese Sponsoren von den Verlegert heißen. Und Scharping ist das gemacht worden. Die mussten da völlig neues Fundament gebaut werden. Und Scharping ist das gemacht worden.